Poher Besuch auf der Tribüne Royal Überraschung beim EM-Achtelfinale Spiel Deutschland gegen England im Londoner Wembley-Stadion, Herzogin Kate, 39, und Prinz William, 39, sind an diesem Abend mit Sohn George, 7, im Publikum dabei. Wir zeigen die süßen Bilder, hier im Video. So schick haben sich die Royals fürs Spiel gemacht. Die Royals haben sich für dieses Spiel ganz schön in Schale geworfen. Wie auch sein Vater trägt der kleine Prinz einen dunklen Anzug mit Krawatte im Stadion. Mama Kate hat sich für eine Kombination aus rotem Bläser und weißem Shirt entschieden, die Farbenkombination der Flagge von England. Sie und Ehemann William schauen sich das Spiel mit George von der Tribüne aus an. Vor dem Spiel sollen sich die beiden auch mit dem ehemaligen Kicker David Beckham angeregt unterhalten haben. George sieht nicht so amused aus. William ist ein großer Fußballfan, die Woche zuvor war er schon beim Spiel England gegen Tschechien dabei. William ist als Herzog von Cambridge sogar der Präsident der Football Association, FAH, dem höchstrangigen Fußballverband in England. Seine Begeisterung für den Sport wird nach diesem Spiel hoffentlich nun auch sein Sohn George mit ihm teilen. Gemeinsame Aktion gegen Rassismus beim England gegen Deutschland Spiel, auch Jogi Löw kniet nieder.